Schreibt er noch mit dir, oder? Ist auf jeden Fall da. Er ist weg. Ja, dann stöpst du. Meist meinen Schreit. Da, dann schreit einen Scheimlisten. Ich schreit mir nur auf den Geist- und ich schreit. Ich schrei, die ja nicht schreit und ich schreit einen Scheinlauch. Dann muss ich mal ein Hilfe auf, und ich schreit zu. Dann muss ich mal zum Beispiel aufgerbeben. Dann muss ich noch einen Sp resistor zusammen Indianaaряд sein. Dann muss ich noch einen Spock. Dann muss ich auch auf die Schweinlisten. Dann muss ich noch ein Spisches setzen.